Hallo, YouTube, NLZW von Reflection. Go, go, go! Oh, da hat der Body gefressen. Mann, haltbar! Jetzt hat kein Headbutton mehr. Ah, der hat zwei Body schon wieder gefressen. Und ich auch. Da liegt der... Wer? Hab ihn. Nice. Nice, man. Da ist noch einer, da ist noch einer. Hat 10, 10, 10, 10. Wo genau, wo genau? Der war oben in der Mitte. Eingeholt. Wo oben gehst du in der Mitte? Da ist er! Da war 20. Wie denn? Der ist in der Mitte, der ist noch in der Mitte. Zwei Stück in der Mitte. Zwei Stück in der Mitte. Ah, jetzt seh ich nichts mehr. 220. Bitte oben, beide. Waren da eben. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn einmal gebrochen. Aaaaaaah! Oh. Hast du mir zugeguckt? Nee. Wo du den Kill gemacht hast, hab ich zu dir erst gewechselt. Nice. Heike. Ich hab ihm den letzten Headshot gegeben an. Heike regelt das Ding. Bringt das Ding nach Hause. Merro und Elter, nicht mehr. Don't jump and spray. Schon wieder der. Oh ne. Da ist er. Da ist er. In der Mitte. Oh ne. Da ist er. Da ist er. In der Mitte. Da ist er wohl. Noch einen. Hey Sound, wenn du tot bist, guck mir mal zu bitte. Der andere weiß ich nicht. Der ist hinten. Der ist glaube ich. Ja, der ist hinten wo ich da ist. Ja? Fall back! Ja, der ist es. Der ist voll. Der ist. Hatte der rützige Arme. Achso. Ich hab mir noch nicht mal einen Treffer gegeben an. Juck. Sound, leg auch mal die Traps in den Tunnel rein. Bei W2. Da liegen die gut. Dann kommen die da nie rein. Wir müssen direkt nebeneinander liegen. Dann gehen wir rein. Ja, hab ich. Ich leg mir meinen Schock und meine Vorschmiede rein. Da liegen jetzt vier Nades drin. Da kommen die nicht rein. Hab einen. Hab den, hab den, hab den. Hab den, hab den. Aller hat sich. Hab den Scheiß 6-1, Mann. Petro Gomez hat sich. Voll die Freekills für diesen Rang, ey. Echte. Der Rang hat echt nichts zu sagen. Findest du? Ja, guck mal ganz ehrlich, hätte ich nie aufgehört zu spielen, wäre ich jetzt auch schon Adler. Ja, guck dir Flo an, der kann auch nichts. Gesundheit da hinten. Kur da hinten heißt das. Ey Stefan. Ja, was ist los? Warum nicht? Er ist mit der Eikräfte. Bitte wie? Was? Der andere ist auch mit da, glaub ich. Wie heißt du im Game, mein ich? Sind sie blecken? So. Wie lange bist du schon im Plan? Nicht so lange. Drei, vier Tage. Oder fast ne Woche, glaub ich. Genau. Was ist das für ein Rang? Warte mal, ich guck mal. Low Rang. Unter Feldwebel. Hast du schon mal Feuer gemacht, oder? Ja. Warst du da der High Rang oder ganz normal? Ah, klar. Ja. 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 Er ist unser Klavier. Ach so. Er war schon mal klar, oder was? Ne, 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 er ist 30. Ach so. Arbeitest du? Ja. Was machst du so? Rufskraftfahrer. Was? 131. Oh Leute. Berufskraftfahrer ist er. Genau. Muss man dafür eigentlich heutzutage ne Ausbildung machen, oder? Ja. Dann geht dir auch drei Jahre, oder? Ähm, kommt drauf an. Ah! Würdest du machen? Und eine reguläre Ausbildung. Und die reguläre? Sorry, ich kann's dir später erklären, also nicht so. Ja, sorry, wir machen grad CW. Hast du gesehen, wie ich dir einen gegeben hab? Hast du schon mit CW gemacht, Gerard? Ja. Machst du gerne CW? Ja, es geht. Wenn's nicht einmal ist. Ich bin am Lacken des Jahr. Warte, bis er plantet. Ja, chill mal bisschen. Ja? Sind ich alle durch? Ja, ich bin der Eicke. Ich würd mal sagen, der ist vielleicht B1, ne? Wenn er hier nirgends ist. Ach, habt ihr gesehen, wie ich die drei Mitte gegeben hab? Ey, 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 der ist Mitte, Mitte, Mitte. Warte, bis er plantet. Wir chill mal. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ja, echt. 45, Alter. Schade. Ey, du hast mich überholt, Mann. Ja, ich habe auch allen drei in der Mitte grad One-Shots gegeben. Alle drei One-Clicks. Die sind echt schlecht. Willst du ne SL? Okay, Sound. Sound, lass ich's noch besser legen. Ey, sonst bist du doch immer der Regel Sound. Da eine. Mitte ist gar keiner. Mitte ist gar keiner. Nur noch einen in die Mitte rein, Sound. Da ist ein B1. Aber die sind noch alle hinten. Die beiden sind da. Jetzt ist einer Mitte. Der hat nen Headshot. In deren Base genau der war das, glaube ich. Lass mir die anderen, lass mir die anderen. Mal. Ich habe ihn von ganz unten nach ganz unten von One-Flick-Hatch-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack. Ich habe zwei One-Clicks gegeben und einen dritten One-Click. Und Bimbi seien die nix. Hab alles. Alter, der andere ist mit der letzte. 143, ist die Zwei-Trinne jetzt. Hol dir den hin. Sag euch, wenn der kommt. Der ist jetzt, der geht Mitte. 59. Wie oft Zeit. Hast ihn getroffen, 38. 38. 38. Hab ihn nicht mehr drin. Hey, Eike. Jo. Ja. Trotzdem wird er mich flame, ne. Ich habe einen Team-Bash gemacht, noch nicht mal einen Headshot dabei. Doch einer. Und direkt ich hack gemacht. Ich hab die eine Runde viel brutaler getroffen. Lass wir zwei. Lass wir zwei. Lass wir zwei. Alle. Ey, Mann. Ich hab noch nicht mal einen Headshot gegeben. Der Headshot soll den... Gucken wir gleich nach. Vielleicht einer, pass auf. Oder auch nicht diesmal. Ja. Ich bin hinter. Okay. Verweil dich. Guck oben. Welchen Code ich benutze für Aimball, was labern die? Wow, scheiße. Daniel, ich spür auf Zeit nicht direkt. Der ist genau hier hinter der Tür. Guck du da. Ich guck hier. Einer ist B2-Vorraum. Da sind zwei Leute. Einer kommt rein. Der hat acht. Der hat acht. Der hat acht. Der hat acht. Da kommt noch einer. Das springt noch nicht, weil wir alle tot sind. Achso. Hab ich gar nicht zu sehen. Alle haben Christophes Müffat C, Alter. Außer die eine. Ja, die hat das... Die hat den weiblichen Christoph. Keine Ahnung, wie die heißt. Wer ist die denn? Soundcom. Team Bash auf Ansage. So kannst du es nicht hochladen. Ja, ja. Solche kleinen... Solche kleinen... Solche kleinen Clamer... Das ist aber die... Bestimmt. Oh, einer ist da, einer ist da, einer ist da. Ey, ich plane dich schnell, ne? Ja, ich komme. Guck mal Sound, guck mal Eingang und der andere die andere. Ich gucke. Ich gehe nach oben, ich gucke. Ja, Ryan, geh du dahin. Ich gucke hier. Da. OPSZ. Oh, ne, doch nicht. Konnte ich nichts machen. Was? War da auch da der andere? Wo gehst du mit dem Messer? Kann er sowieso nicht mehr schaffen. Wenn er da hinten ist, schafft er es nicht mehr. Da kommt sie nicht durch wie mein Traps, der Bauer. Da kommt sie nicht durch wie mein Traps, der Bauer.